Ja, hallo Leute und jetzt willkommen zurück zu Let's Play Black Mesa, es ist schon ein bisschen her, dass ich so Let's Play Mesa gezockt habe, beziehungsweise leckten heute X-Split so rum, egal, äh, geht, ne, geht, drei, ja doch, jetzt hat er sich beruhigt, okay Leute, ähm, ich habe die letzten Tage jetzt aufnehmen können, äh, kein Bock, keine Zeit und so, aber ich habe endlich herausgefunden, wie es weiter geht, ähm, hier gab es nämlich noch eine zweite Schleuse, hier, Drop Lab 2 und so, und dann gehen wir auch direkt mal hin, und dafür, hoch, oh, das war ein, ich habe mich kurz erschrocken, das habe ich jetzt auch kurz erschrocken, zack, warum lecken das Spiel heute so, na, böses Spiel war aufzulecken, gut, wenn jetzt mal nur Zombies kommen, dann nehmen wir Brechstange, ich habe schon jetzt über drei Stunden Vorlog gezockt und bin jetzt total dran gewöhnt, hier die ganze Zeit F5 zu drücken, ich spiele schnell speichern, ich weiß gar nicht, ne, auf halb 6, ok, ne, dann, dann, habe ich hier keinen SPS, also Speichern pro Sekunde, auf jeden Fall, weiter geht's, Ladedaten, sehr schön, sehr schön, das fängt ja schon wieder gut an, da fängt er gut an heute, oh mein, ne, ich bin noch ein bisschen müde, aber, äh, ich wollte heute noch aufnehmen, besonders, heute ist noch Livestream, für die, die es noch nicht wussten, ich zog mit die Plöde zusammen, wir machen Let's Together Livestream, einmal zog ich, einmal zog er, mitzuntersehen, sie, die, sind ja zwei, ne, weißt du Bescheid und so, und ich höre ein Zombie, geht das auch, ist kaputt, ja, ist kaputt, ok, so, wir machen einfach Nettes hier, viel Spaß, ja, muss auch festhalten, doofe Klette, Ach, da unten sind Zombies, ok, hallo Zombies, Zack, da fällt da rund, da voll lauter Feuer, so, und, zack, Kopfkrabber auch tot, ah ja, Na, voll, grad wohl ungewohnt, egal, passt, gut, ähm, wo geht's lang, wo müssen wir hin, mhm, doch nicht hier runter, kann gar nicht, ne, ich glaub nicht, dass hier runter runter muss, besonders, guck mal, da unten ist Strom, beziehungsweise, pfff, ich kann da bestimmt runter, aber dafür brauche ich erstmal einen Aufzug, wo ist jetzt hier so ein Schalter oder so, da hinten ist eine Tür, ok, die könnte ich doch öffnen, die Schalter sind bretter vor, warte mal, Brett und so, Brett Pit, wenn noch einer Brett Pit kennt von Terraria, Lp und so, wipp, zack, aber da ist was hinter, ich höre nämlich Geräusche, huch, hm, wie geht's weiter, hm, hier, hier kannst du haben, Scheiße, wie geht's weiter, hm, hier ist noch eine Tür, äh, ist hier eine Leiter dran, ok, das liebe Holzbrett dachte sich, er schiebt mich mal komplett weg, so, jetzt sind wir wieder hier, blablabla, hier muss aber was sein, und wenn ihr nicht die Zombies, ne, die Zombies, mach er denn da, hey, ganz ruhig, freund, so, ähm, warte mal, ach, hier an der Seite ist eine Leiter, ok, ich sag nichts, weißt du, ich schrecke mich übelst, ist das jetzt, ne, das ist kein Strom, ne, hm, komm, ich spring rein, gefährliche Chemikalien entdeckt, oh nein, ich werde angesprochen, da ist er, ruhig, freund, und da wieder diese Viecher aufkreuzen, ist das für mich schon irgendwie, kein Zufall, dass sie gleich noch mehr von den Viechern kommen, beziehungsweise ich mal mein Energie durchladen werde, ich schau mal auf das unvorbereitete Vorbereitung, na komm, ja, ich komme hier nicht mehr überfroren, ne, nice, hallo Rohr, ich möchte gerne wieder raus, ok, wenn er meint, wenn er meint, ok, nice, geht doch, meine Güte, da bin ich gerade voll am hängen gewesen, ohne Witz, was ist nicht mehr, nee, Junge! oh gothhh, einer였습니다 überfall jährlich, doch nur, ob, denn, ob thereof, ok, weißt du, ob sie sich vergeben wollen, shift lasse, nicht, öffnen, nicht geöffnet lassen, da so drauf, ja nicht aufbrechen, keine Ahnung ob es wird, hm, ich habe keine Ahnung, wo von ich eine Ahnung habe, ist dass es hoch geht, wenn ich höre dann nämlich weiter ist ja von ww oder was wo die auch 20 meter weit schmack schlagen können ich habe mit dem ww ist cool ja toll trotzdem würde ich jetzt gerne ein halfback haben oder in einfachen f6 sollte manchmal ein bisschen auf zombie hunter halt nur viel aus ich komme ein bisschen verplant vor ich hoffe das stört euch nicht so da möchte ich nicht reinfallen oder wenn wir ein feind brauchen freiwilligen wer geht vor der ist nicht tot ich riskiere lieber nicht so lange ich nicht wieder mehr leben habe f6 ja und wie komme ich jetzt durch ich sehe nix ist ja scheiße hier aber kann gar nicht doch der ist ernsthaft jetzt in die weiterkommel ist nämlich hinter ja schön finde ich palette verziehe ich mache wirklich nicht scheiße vielleicht das rohr hier nicht auffällig genug gekennzeichnet würde ich mal so behaupten ja man merkt glaube ich dass auch ein bisschen sehr blind ist aber ich denke hier geht es weiter ist nämlich eine plattform ok mal schauen ich wette mit euch das gleich irgendwie dass die anlage ich angeht wenn ich hier so voll nah drüber laufe wetten 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 ohne scheiß jetzt wieso macht euch jetzt angeblich hier auch noch runter soll genau vertreib halt ach gordon armer gordon ja toll witzig ja geil mach mir klar ich schätze ich muss mich das einfach übel für allen gleich ja ich habe da so ein neun warum er läuft nach rechts wenn ich gerade auslaufe das ist ja voll bekloppt gerade hier nein ich hasse dich manchmal hat ja auch schon ein haarfleisch aber vielleicht mag mich nicht mehr es hat uns noch nie gemocht beziehungsweise mich noch nicht ich weiß nicht wie manche leute bei das spiel so durch waschen können ich könnte das gar nicht erst mal nicht weil ich es hast du die story einfach so zu ignorieren quasi ja ich könnte eigentlich gar nicht brauche ich gar nicht drucken dass er neu ist schnell hoch nein 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 wie 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 und dann wieder hier oben das spiel bringt mir manchmal echt zum rasen weisen ich hasse es ich hasse sowas kann ich eigentlich theoretisch auf dem teil stehen f6 ja kann ich ok wo haben wir denn den elektronischen da haben wir den ok ja na das geht doch meine frisse jetzt kann es meinetwegen aufdrehen alle wussten nach oben okay oh guck mal da fliegen ganzen holzbrett 6 und wie geht das außer geworden geredet man seine waffe ein zwei oder drei da kommen wir ein bisschen stärker danke das ist nice gemacht auf jeden fall kopfkrabbe alarm okay ich habe eine e-mail bekommen ja genau genau übertreibt halt ich habe ich habe schon kein leben mehr kommen sie mir ins gesicht ins gesicht gesprungen instant komm ich bin ja mal fertig hier das wird witzig wenn jetzt ein zombie hinkommen ich hab was für dich da muss nur hinkommen der zombie dann kriegt er seine belohnung ja komm ja komm ja komm ja komm guten appetit okay headcrap headcrap time ach scheiße f6 verhütung empfohlen wenn ich habe eine erfahrung schafft bekommen dafür wie mich die ganze zeit dieses teil irritiert was runter fällt denkt die ganze zeit wenn die tote kopfkrabbe die lebt noch ne haben wir es jetzt endlich ja wir haben auch nur ein hp passt sehr schön ist hier vielleicht mal irgendwo ein bisschen heilung guck mal das sieht doch schon so mit gehe ich aus ne machen wir jetzt auch mit nehmen böse kletter nein da vorne haben wir health beziehungsweise anzug nein nein jetzt endlich so jetzt ist die frage wohin mit dem ah ich sehe ich schon ne ich sehe ich schon ok boah black rager heißt das spiel jetzt hebelgeräusch so fertig f6 cool was das denn wasser das ist wasser ne guck mal wasser guck mal tote headcrap angeblich oh mein gott gut leute hoffe ich hat heute dieser part von black mesa gefallen auch wenn ich ein paar mal gestorben bin aber ich hoffe das hat auch nicht weiter gestört ich habe nämlich keine ahnung wie das also wie das spiel weitergeben zu die meisten die das durch zocken meinen immer ich habe das ich habe das noch nicht durchgezockt und dann hinterher spielen das so durch als hätten es schon gezockt ok soll ja auch leute gehen die es drauf haben aber bei manchen ist es ein bisschen unglaubwürdig aber naja leute hoffe er hat heute gefallen bei mir hat vor früh viel arbeit und so und der ist kaputt also wenn das feuer ausbricht macht dann nichts ist gut mit dem nächsten malker cool mach ich Dinge ascert alles care alles 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 und alles alles Bis zum nächsten Mal.